Was war das? Was war das für ein Geräusch? Was machen die zwei Zwillinge für ein Krach? Ach, ich habe eben noch geschlafen. Warum schreit ihr hier so rum? Ist irgendwas passiert? Ja. Ja, was denn? Erzählt mal. Wir müssen aufs Klo. Könnt ihr nicht aufs Klo gehen? In Ruhe. Ja, unser Klo. Das liegt da. Ach so. Soll ich euch helfen? Mich brauchst du nicht. Ja, jetzt bin ich aber wach geworden. Ich habe bis eben noch geschlafen. Das war so schön. Hm. Aber der Gregor, der hat doch heute Geburtstag. Da müssen wir eine schöne Party vorbereiten. Hm. Ich glaube, wir wollten doch in der Kita feiern. Ja, genau. So haben wir das abgeklärt. Ich muss noch ein schönes Kleid anziehen oder so einen Rock. Ja, muss ich mal gucken, überlegen. Oh, Pavel. Guten Morgen. Heute hat doch Gregor Geburtstag. Oh, echt? Oh, ja, stimmt, Emily. Hm. Aber Gregor hat doch gar nicht an seine Einladungskarten gedacht. Also können ich, du und Tim nicht kommen? Oh, kann nicht sein. Wir müssen jetzt Gregor an seinen Geburtstag einfach so erinnern. Ist jetzt egal. Oder wir schreiben jetzt die Einladungskarten. Ja. Komm, wir fragen Mami, ob sie ein paar Einladungskarten schreibt. Ja. Ah. Mami? Ja, was ist? Kannst du für uns Einladungskarten schreiben? Gregor hat vergessen, Einladungskarten zu schreiben. Ach du meine Güte, tatsächlich? Hat er das vergessen? Ja. Wir haben nicht gesehen, dass er welche geschrieben hat. Kannst du vielleicht was schreiben? Und wir werden dir überlegen, also wir werden überlegen, wen er so mag, was seine Freunde sind. Könnt ihr auch einen Text vorbereiten, was ich schreiben soll? Oder soll ich mir den Text überlegen? Hm, wir überlegen ihn. Mhm. Dann kommt ihr einfach auf mich zu, wenn ihr fertig seid mit Überlegen. Und ich schreibe die Einladungskarten. Okay? Ja. Weißt du, ich, ähm, da ich ja mal groß war, war ich ja im Kindergarten. Und, ähm, ja, da habe ich gesehen, was für Freunde er hat. Echt cool. Und, ja, wir überlegen uns jetzt einen Text. Also, lieber, also, lieber, hm, 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 oder liebe, hm, 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 hm. Er hat ja bestimmt auch Freunde nennen. Und, also, das ist schon mal das Erste. Dann der Text. Also, ich habe heute Geburtstag. Wollt ihr, willst du zu meinem Geburtstag kommen? Es findet um, weiß ich nicht, statt. Das muss ich mir mal aufschreiben. Mami, um wie viel Uhr findet die Party statt? Ja, das muss ich mal überlegen. Ich glaube, so um zwölf Uhr passt perfekt. Es ist ja, ähm, ja, genau, um zwölf Uhr. Oh, okay, dann können wir das da hinschreiben. Danke. Bitte. So, also, um zwölf Uhr, also, lieber, hm, 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 willst du zu meinem Geburtstag kommen? Das, das findet halt um zwölf Uhr, also 24 Uhr, ähm, statt. Wir feiern in der, sie hat doch, glaub ich, gesagt, Kita. Ja, wir feiern in der Kita. Hm, auftreiben. So, also, ähm, jetzt. Hallo, ihr beiden. Was macht ihr denn da? Was sind das für komische Briefe? Äh, wir schreiben zu unseren Freunden etwas. Aha, okay. Weil, weißt du, Mats und Mats hatten da so eine tolle Idee, dass wir vielleicht Briefe zu denen schreiben. Hm, 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 hm. Ha, okay, okay, verstehe. Ja, gut, dann geh ich mal gucken, was Mats und Mats so machen. Ja, ha, huuuh, zum Glück hat er nichts mitbekommen. Also, lieber, hm, 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 also, das ist das, das findet uns so statt, freuen wir in der Mitte. Gut, also weiter machen wir dann mit, ähm, von Gregor, ich hoffe, du kannst kommen und, ähm, ja, und ans Geschenk. Ihr müsst mir nichts Richtiges bringen, weil wir schicken sie es heute ab, ich denke, sie können nicht heute schon sofort ein Geschenk mitbringen. Und, ja, viel Spaß, wenn ihr kommt. Oh, und wenn wir eine Planschbeckenparty feiern, dann nimm bitte noch eine Badehose mit. So, Punkt. Happy Happy Birthday, also Happy Birthday. Gut, haben wir alles. Jetzt haben wir alle elf Zettel fertig. Nur, wir müssen noch den Namen draufschreiben. Ja, da müssen wir jetzt zu Mama gehen. Eigentlich wollte Mama schreiben, jetzt haben wir so eine komische Schrift geschrieben. Oh, schade. Hm, aber, jetzt brauchen wir sie doch gar nicht mehr. Komm, dann müssen wir jetzt einfach alleine weiter schreiben. Wo sind denn die beiden? Ich wollte doch zu mir kommen. Ich sollte doch die Karten schreiben. Hm, hoffentlich wissen die auch alles, was die da schreiben. Jo, also, ähm, wir machen jetzt. Er hat eine Freundin, Kati. Müssen wir aufschreiben. Okay, Kati. Dann hat er eine Freundin, Lydia. Also, dann hat er noch einen Freund, Paul. Dann hat er noch einen Freund, wie hieß er da denn noch mal? Ich glaube, er hieß, ähm, wie hieß er denn da noch mal? Ich hab's vergessen. Na ja, dann schreiben wir ihn als letztes auf. Ähm, ähm, wir müssen Tim einladen. Wir laden, ähm, wir laden noch, wir laden, ähm, Marvin ein. Und wir laden noch ein Mädchen. Wir laden, ähm, wir laden jetzt noch einen Jungen. Ähm, wir laden. So, ihr zwei, was macht ihr denn da? Was sind denn da für komische Zettel? Wozu? Gregor hat heute Geburtstag, aber das dürft ihr beide nicht verraten. Oh, der Gregor, der hat Geburtstag, Geburtstag. Oh, juhu. Kann ich drauf, drauf springen auf die Zettel? Nein, bist du verrückt? Dich schnell da weg. Ja, ja, ist ja gut. Man kann doch nicht mal spielen. Das ist kein Spiel, wir haben uns Mühe gegeben. Oh, das ist für Gregors Geburtstag. Stell dir mal vor, jeder hätte auf dein Papier getrampelt. Und dann kommt keiner von den Freunden. Ist ja gut. Ich hab nur ein bisschen gespielt. Na ja. Ah, komm Mutz, wir gehen wieder. Das macht keinen Spaß hier. Ja, komm, lass uns mal gehen. Oh, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir Mami zeigen, was wir alles gemacht haben. Mami, oh, oh, jetzt ist dein Zettel runtergefallen. Nein, aber wir haben sie geschrieben. Oh, ihr seid ja super. Ihr seid ja schon fertig. Ich dachte, ich fange erst an zu schreiben. Oh, ist das schön. Und welche Freunde habt ihr eingeladen? Ja, so Mädchen und Jungs. Aber die, äh, kennt ihr die Freunde von Gregor? Ja, da war Kathi, Jüdischer, Marvin und Paul und Tim. Ja, und ich glaube, das war's. Oder da war vielleicht noch etwas. Keine Ahnung, aber die waren da alle dabei. Gut, ich schlage vor, ich schicke alles per E-Mail raus, damit die Eltern das schnellstmöglich haben. Und, damit sie heute noch kommen können. Sonst wird es wirklich zu knapp, oder? Oder wir klingeln bei jedem. Tja, wenn ihr, wenn ihr wollt, also gut, wie ihr wollt. Also, ich dachte, das wäre besser per E-Mail an alle zu schicken. Aber, gut, wie ihr wollt. Dann klingelt mal bei allen und gibt die Karten ab. Hier, dieses Haus ist zuerst dran. Glaubt, das ist hier... Das ist Pauls Haus. Also, klopfen. Ja, hallo, was ist da los? Ja, hier, wir haben eine Einladung. Kannst du vielleicht heute zu Gregor kommen? Er hat heute Geburtstag und er hat vergessen, die Einladungen zu dir, also zu allen zu geben. Oh, ich komme natürlich. Um wie viel Uhr? Das steht auf dem Zettel. Guck hier, um 12 Uhr. Ah, das passt. Gut, ich komme. Dann sehen wir uns dort. Tschüss, tschüss. Als nächstes ist Kati dran. Er hat so eine schöne, runde Tür. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich klopf mal. So. Ja, was ist denn los? Ja, wir wollten hier eine Einladung geben von Gregor. Kannst du kommen um 12 Uhr? Wir feiern der Kita und Badehose mitnehmen. Also, das steht alles auf dem Zettel drauf. Oh, ja, ich will auch so gern mitkommen. Ich muss aber erst mal fragen, aber ich glaube, ich habe Zeit. Ja, ich hoffe auch. Ich will auch zu ihm kommen. Danke. Tschüss. Wir sehen uns dann dort. Tschüss. Weiter gehen wir zu Lydia. Gut. Guck doch mal, was Lydia für so eine schöne Tür hat. Oh. Die sieht ja so schön aus. Komm. Wir klopfen. Was ist denn los? Ja, hallo. Wir würden halt eine Einladung geben. Alt Gregor hat heute Geburtstag und wir wollten halt fragen, ob du halt kommen willst und Badehose mitnehmen. Und das findet in der Kita statt. Oh, echt cool. Ja, da will ich auch so gern mitkommen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so richtig sicher. Aber, naja, vielleicht kann ich auch kommen. Ich gucke mal so. Dann sehen wir uns dort vielleicht. Tschüss. 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 Zu wen gehen wir jetzt als nächstes? Wir gehen jetzt zu Marvin. Ja. So. Marvin ist dran. Hier, das ist seine Tür. Da ist der Knopf. Los. Hallo, was ist denn los? Na, hallo Marvin. Willst du zu Gregors Geburtstag kommen und Badeanzug mitnehmen? Also Badehose. Und das findet um 12 Uhr statt. Ich komme gerne. Tschüss. Tschüss. Hier wohnt Milene. Oh, sie hat ja so ein schönes Haus. Hm, so eine tolle Tür. Gut, wir klingeln. Klopfen. Äh, was ist denn los? Was macht ihr denn hier? Äh, ja, wir wollten ja eine Einladung geben von Gregors Geburtstag. Er hat heute Geburtstag und wir wollten fragen, ob du kommen kannst. Und Badeanzug bitte mitnehmen. Äh, das findet in der Kita statt um 12 Uhr. Da steht aber alles noch in den Zettel, falls du dir jetzt nicht alles so richtig, also falls du jetzt nicht alles so richtig weißt. Oh, danke, aber ich denke, ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, ich würde gerne kommen, aber ich könnte ja noch einmal nachfragen. Ja, aber nachfragen kann ich. Ist nicht schlimm. Hm, naja, aber ich versuche schon zu kommen. Mein Geburtstag, da will ich gerne hin. Und Gregor ist mein Freund. Tschüss, tschüss. Das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir doch in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Na, was denkt ihr? Hm, wie wird der Geburtstag in euren Gedanken ausfallen? Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Wir wissen zwar nicht, wie ihr euch vorstellt mit der Poolparty in der Kita, aber naja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.